Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Level 1 Run. Ich habe ein bisschen offline was gemacht und zwar gibt es jetzt am Anfang des Fights eine kleine Taktik, einen kleinen Taktikwechsel und zwar vorlieger Art, den werde ich mal ausprobieren. Der braucht irgendwie 15 Arkan oder 12 Arkan und 15 Glaube, irgendwie sowas. Den kann ich benutzen. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe 33 Bestienblut gefarmt. Also ich habe jetzt 31 und habe noch 2 Töpfe schon. Also wir haben auf jeden Fall 33 Tries um diesen scheiß Topf zu werfen. Bis zum nächsten Mal. 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 Struppin' up, 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 don't we stay Struppin' up, 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 don't we stay I'm so gone, no, I'm never turnin' back I won't stop, I'ma fight until there's nothin' left It's so one, you're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's lookin' back Mirror breaks after math, when I hate, I attack And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 Struppin' up, 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 don't we stay Struppin' up, 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 don't we stay Bis zum nächsten Mal. Wie wär's mit Knick-Knack-Ärmchen ab oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Hör mal! Alter, hab ich gelitten. Was hab ich gelitten? Die Rune der Tod ist unbohnt. Und die Lands zwischen uns, wie die Todes starken Feind. Alter. Like auf dem Video lassen, Kommentar lassen, gerne ein Abo da lassen. Wir sind kurz vor den 1200. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Schau! 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 Schau!